so ok leute also das ding ist quasi noch komplett ungeöffnet wir sehen könnt hier noch schön alles zu genauso wie hier unten ebenfalls noch zu wir haben an der seite eine inhaltsverzeichnis wir sehen da ist auf jeden fall der controller drin wir haben zu behör wir haben das case wir haben die ladeschale wir haben kabel dabei wir haben dann hier die vorderseite die uns sagt da geht es um den series 2 hier haben wir noch mal denselben inhalt den ihr quasi schon auf der anderen seite gesehen habt und hier auf der rückseite sehen wir ebenfalls noch mal wie das gute stück aussieht so wir werden jetzt hier den ersten entfernen sehr gut deswegen brauchte ich auch kein messer freunde weil das haben wir ja tatsächlich schon beim peda gesehen und so deswegen passt das so hier ebenfalls kann man ziehen dort ist es offen und damit wissen war das kann schon mal weg legen wir das ding so hin und dann machen wir das ganze mal auf ich glaube der kommt jetzt eben mit der ladeschale nicht mit der ladeschale sondern mit dem case ja genau das mal auf seite und thomas mal das case auf seite sofort hier ist auf jeden fall ein code drin das wissen wir ja schon haben wir schon gesehen bei verschiedenen hier haben auf jeden fall das neue kabel wie gesagt die besonderheit beim series 2 worauf ich auch sehr 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 stolz bin ist dass man jetzt geschafft hat einen usb ich hoffe das wird gleich fokussiert hier bitte fokus an usbc anschluss ja wo es quasi nicht mehr die rolle spielt ob ihr den so oder so rum rein steckt demnach ist das völlig egal so dass zum kabel hier sind quasi dann noch mal ein paar dinge drin hier sind quasi noch mal proschüren hier unten ist auch der code genau so dann kommen wir her hier haben wir das gute stück und dann schauen wir uns den noch mal an also series 2 was sind die besonderheiten dieses controllers den ersten habe ich euch schon genannt den ich sehr sehr gut finde das ist quasi der ich sag jetzt mal diesen usbc anschluss so freunde also wir nehmen das ganze mal aus der box wir haben den dreck herum fliegen wir haben hier die zweite neuerung an diesem controller was ich schade finde ist dass dieses kleine ja etwas hier dieser kleine schlüssel nenne ich es jetzt mal dass der nicht verschwinden darf weil aber ich sehe schon da könnte man auch einen schraumdreher nehmen weil ihr könnt jetzt die ins abnehmen und dann habt ihr hier oben drauf die möglichkeit euch die härte des pins einzustellen er könnte quasi hingehen weg den hier so drauf wenn ich jetzt den schlitz so richtig finde also kann schlitz quasi für drei also sprich kann den auch als kreuz nutzen und dann wird er quasi hier in zwei drei stufen verstellt das merkt man dann ganz leicht der raste dann immer so ein bisschen ein das ist jetzt der härteste grad und dann wenn du den quasi in die andere richtung drehst ganz nach unten zum beispiel ich drehe jetzt mal ganz auf dann ist der lockerer ja also der widerstand wird dank einer innenliegenden feder wie bei einem gewindefahrwerk für die leute die zum beispiel aus dem auto tuning kommen die werden das wissen da kann man das quasi auch härter stellen also es gibt fahrwerke die können in der härte verstellt werden so das ist auf jeden fall die zweite wichtige neuerung auf die ich eingehen möchte dazu wie gesagt brauchen wir diesen lustigen kleinen schlüssel kommen wir zur dritten ja das ist schon die dritte genau ich sehe es einfach nicht kommen wir zu einer weiteren neuerung wie ihr seht haben wir hinten keinen deckel mehr einen deckel den wir quasi entfernen können und dort ein ich sag jetzt mal ja dass wir quasi einen akku einsetzen können oder sogar batterien dies fällt komplett weg gibt es in dem sinn nicht mehr das heißt also hier ist jetzt ein akku verbaut so eine weitere neuerung die ich euch direkt zeigen möchte ist der akku kann jetzt also wir werden das jetzt direkt so durchziehen nehmen das hier schon mal ab weil das ist nur beko so diese ladeschale ich fühle sie jetzt gerade das erste mal auf der gamescom habe ich sie leider nicht in die hand genommen eigentlich schade aber jetzt habe ich quasi gerade das erste mal das gefühl sie ist sehr gewichtig finde ich schon mal sehr schön ich würde fast sagen wenn ich jetzt die küchenwaage hier hätte würde ich das gerne mal wiegen das teil aber habe ich jetzt nicht da hier unten ist der anschluss für das usb c kabel also usb c einfach ran und damit kannst du das ding dementsprechend aufladen das heißt wir legen dann den controller so wird das quasi sein und dann legen wir den controller einfach nur moment in der richtung sehr gut weil er ist ja da hinten ein bisschen runter okay das ist gut ich merke gerade der wird auch magnetisch gehalten also es ist ein ganz leichter widerstand natürlich fällt das ding dann runter wenn man das loslässt aber es wird magnetisch angedockt ich hoffe man kann es hier ja man kann sehen in der kamera es wird quasi angedockt es würde auch halten aber es ist jetzt halt hier dann doch zu gewichtig also sehr schön es wird auf jeden fall immer in der richtigen position liegen demnach geht dann hier quasi das kabel dran ganz klare sache so das ist das schöne bei usb c interessiert nicht wie rums rein gesteckt wird und dann wird das ding aufgeladen hast schon mal sehr geil auf jeden fall lohnenswert wer jetzt immer noch mit dem preis quasi ja wir sagen mal das sind 180 euro 180 euro wenn man aber rechnet der alte hat damals 150 gekostet und er war dann sage ich mal ohne akku du hast dir noch einen akku dazu gekauft das kam dann auch noch mal 25 euro und schon hast 175 euro bezahlt und wenn man dann bedenkt wir haben jetzt hier ein paar neue sachen drin wie zum beispiel wir haben eine weitere neuerung wir haben nämlich jetzt hier drei profile was voreingestellt werden kann und wir haben ein viertes default profil das heißt also wir haben drei eigene profile und ein viertes default profil so das wäre die nächste neuerung bei dem alten hingegen hatten wir ja nur zwei profile ja da gab es auch kein default wir hatten nur eins oder zwei und das war dann quasi alles so immer weiter nächste neuerung hier hinten kennt ihr von dem alten haben wir die bigger stops auf der seite weil sie da etwas farblicher kennzeichnet sind hier in grün dargestellt die trigger stops wo quasi eingestellt werden kann wie weit lassen sich hier oben diese trigger rein drücken so da ist es allerdings so dass wir jetzt bei dem neuen zwei haben wir drei stufen wir haben eine mittlere wir haben eine also quasi ohne ohne geht voll rein wir haben eine mittlere stufe das wäre ungefähr die vergleichbare wie wir sie jetzt haben und dann gibt es jetzt eine dritte stufe die es quasi ihr seht minimal ich würde fast schon sagen dass nicht mal fünf millimeter was das reingeht also das werde ich auf jeden fall testen wie sich das in call of duty gerade in einem shooter anfühlt definitiv testen so ansonsten seht ihr auch dass das ganze design ich habe jetzt leider nur meinen weißen liter 1 hier das ganze ist hier ein bisschen dunkler geworden und da bin ich mal gespannt das fühlt sich auf jeden fall schon mal hochwertig natürlich wieder wie immer an aber was am meisten jetzt ist und wo auch ich gerade noch darauf achte ist der gummi wird wieder abgehen ja wir wissen alle das problem was wir bei unserem alten elite hatten das gummi hat sich dann mittlerweile hier hinten gelöst wenn man dann ich sag mal mehrere tage wochen damit gezockt hat dann ist der gummi hinten abgegangen und das wollen wir definitiv nicht nicht bei einem controller der uns 180 euro kostet ich muss aber immer dabei sagen was mich am meisten dabei stört ist wenn wir sagen wir vergleichen diesen controller dass er 180 euro kostet wir kriegen eine ladeschale dabei okay das kabel ist auch hochwertig übrigens ist es ein kabel was hunde und katzen davon abhalten soll daran rum zu nagen warum ist das so ich weiß nicht ob ihr das alle wisst denn diese außenrille die ihr hier seht diese ist aus metall sollte jetzt ein eine katze oder ein hund daran rum nagen so geht diese kaputt und sticht dem in ja ich sag mal in seinem maul rein war quasi dran rum knabbert und dann lässt er das bleiben das ist dann nämlich sehr ungeil ich denke mal das geht uns ja ähnlich wenn wir auf irgendwas umbeißen das finden wir natürlich auch nicht deswegen für die dies noch nicht wussten jetzt wisst das so ja ladeschale haben erklärt paddles wie ihr seht habe ich immer nur zwei paddles dran und wie ihr auch sehen könnt sind die verdammt lang die alten paddles haben auch dazu geneigt du hast dann abgelegt und dann hast du auch automatisch ich sag mal fast daran gefasst ja jetzt seht ihr schon dass die paddles definitiv gekürzt sind beide sind gekürzt würden ich nehme jetzt mal den ersten hier raus werde den längsten mal mit dem alten längsten vergleichen da seht ihr schon nicht nur die farben haben sich geändert sondern auch die länge wird das mal immer dass wir irgendwie darstellen ja so ist glaube ich am besten ja das sind die beiden größten paddle und ihr seht schon der dunklere ist der von dem elite 2 controller und der helle ist der vom elite 1 controller also von daher definitiv mal verbessert das finde ich schon mal sehr gut für mich wie gesagt sehr wichtig wenn ich ihnen ja auch jetzt in die hand nehme ich merke direkt dass ich da nicht so leicht ran komme wie damals bei dem großen also sprich bei dem großen paddle das hier unten eingehakt war also schnell mal hier hinten dran gekommen weil es einfach von der größe her viel viel größer ist wenn man das jetzt mal so im vergleich sieht wenn man sehen also schon auf jeden fall eine verbesserung also da ihr seht schon wir haben jede menge jede menge jede menge verbesserungen die wir hier derzeit feststellen so dann hier drunter okay das hat man jetzt auch in schwarz gehalten das war nämlich sonst immer grün wie ihr seht wir haben hier immer grün aber das steuerkreuz war schon immer gleich geblieben aber ist ein bisschen kleiner geworden das täuscht auf jeden fall nicht ihr seht genau richtig das steuerkreuz am neuen elite 2 ist etwas kleiner man könnte sogar damit spielen wenn ich jetzt hier so rein fasste das ginge ja hier das auch aber okay und so auf jeden fall dass hier auch wieder dunkler geworden so kommen wir mal zu dem weiteren inhalt der noch dabei ist bevor wir das ja alles komplett zerlegen damit ihr genau wisst was haben wir denn alles in der box so wir haben hier einen verkürzten am stick er nach innen gewölbt ist sehr gut dass er nach innen gewölbt ist das seht ihr ja kann man sehen davon gibt es tatsächlich zwei die so sind denn die beiden dann haben wir zwei längere also einen längeren und einen kürzeren früher war es so dass da zwei längere drin waren wir sind anscheinend jetzt nicht mehr dabei passen die sticks vom 1 auf den sollten nicht passen weil der pin hier etwas dicker ist als der vom alten deswegen genau der dickere also zeige ich euch pass auf man immer gerade ab ihr könnt das auch sehen das sieht man direkt mit dem bloßen auge dass die neuen etwas schmaler sind aber ich kriege es mal so seht ihr das da kommt diese diese rundung außen mit dem wo die quasi drinnen hängen und hier ist das viel schmaler man sieht es da direkt jetzt die jetzt mal drauf also das hier sind die halten jetzt gehe ich mal zum neu also von einem alten auf den neuen fast nicht er hat er hat hier tatsächlich einen widerstand unten er hat hier tatsächlich einen widerstand seht ihr das da könnt ihr sehen der hängt hier leicht hoch er wird zwar gehalten aber das ist nur wegen dem magneten aber er hängt hoch ich kann ihn auch nicht drauf drehen oder so also der ist definitiv dicker vom neuen controller als der vom alten ja das heißt also diese passen nicht die sind etwas somit müssten die alten eigentlich auf den neuen neben moment der alte müsste mit den neuen müsste der fast ersticken gar nicht die passen auch gar nicht drauf das ist wahrscheinlich die die windung da drinnen da ist ja eine windung drin seht ihr die hier könnte sehen die ist hier wahrscheinlich komplett andersrum das heißt also wenn ich den jetzt hier so also er passt gar nicht an ihn obwohl er größer wäre passt er nicht drauf egal wie rum ich ihn drehe der geht wahrscheinlich genau anders auch mit druck oder so passiert da gar nicht also die können nicht übernommen werden auf der einen seite jetzt ein schlauer schachzug stelle ich mal dahin weil im endeffekt hätte es mich gefreut wenn ich das doch übernehmen hätte können das wäre auf jeden fall nicht schlecht gewesen aber okay so ist es nun mal heißt also fast nicht okay wisst ihr da bescheid mitgeliefert werden allerdings die die nach innen gewölbt sind alle also nach außen gewölbt gibt es nur einen und das ist dieser hier die anderen sind alle nach innen gewölbt da gibt es einmal welche die sind größer nach innen gewölbt und einmal welche die sind kleiner ich zeige euch mal die zwei unterschiede wir gehen gleich noch auf die Fragen ein Leute da seht ihr das die sind hier etwas großflässiger für Leute die etwas größere Finger haben oder Daumen und dann haben wir hier etwas kleinere also der von euch aus gesehen linke ist etwas kleiner wie der rechte das sind so die unterschiede die ich jetzt hier so direkt sehe ja ansonsten haben wir eigentlich alles einrichten wie gesagt muss ich das ding dann auf jeden fall noch der kriegt direkt noch ein update das habe ich schon gesehen es gibt schon ein neues update raus deswegen ja die kleineren pedals hier das finde ich was ich auch cool finde ihr könnt natürlich auch die die anderen pedals hier unten drauf setzen wäre natürlich dann auch mal ein test wert ob man damit vielleicht sogar besser das finde ich sogar sehr angenehm muss ich sagen ja finde ich sehr angenehm ist vom feeling her hier hinten wenn hier unten der kleinere sitzt der wirklich nach innen wirklich nur weg geht der hier ist zwar angenehm klar aber der hier ist für mich deutlich angenehm muss ich ganz ehrlich sagen also das sind so die groben unterschiede natürlich gibt es noch ein paar mehr unterschiede von der von der technik drin soweit ich weiß sind jetzt auch einige button nicht mehr komplett analog sondern auch dann überarbeitet wurden wie zum beispiel hier das hier ist ja jetzt quasi zum durchschalten der profiles hier hat man dann noch ein kippschalter der quasi hin und her geschaltet wurde von daher ich finde dass es genau das richtige ist dass wir endlich hier ein upgrade bekommen haben und wenn wir da nochmal beim preis der preis ist halt wenn wir nochmal beim preis sind 180 für dieses schmuckstück gegenüber wie heißen die ganzen anderen da gibt es von scuff die kosten dann auch so um die 180 190 euro wir haben es damals im live stream durchgearbeitet solltest du jetzt hier das ganze auf youtube gesehen haben und die fragerunde nicht mehr sehen wollen dann kannst du jetzt abschalten ich danke dir trotzdem fürs einschalten wenn du das ganze hier interessant fandest würde ich dich bitten einen daumen nach oben da zu lassen und vielleicht ein abo auf dem kanal damit du keine weiteren videos verpassen wirst bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal